Was muss man, was muss man machen? Einfach nur Knarre nehmen und abschneiden? Einfach sterben die ganze Zeit, irgendwie, Digga. Nein! 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 Hey! Hey! Hey, was soll ich denn da machen, Mann? Ich bin grün, soll ich wechseln? Hört ihr mich? Wir hören dich, aber wir ignorieren dich. Ah, okay. Ja, perfekt. Dann ist egal. Boah, ich hab wieder so Bock, richtig krass zu verlieren, Alter. Äh, was ist der Einsatz? 20 Sub-Gifts, jeder 100 Euro im Pott? Ja, Digga, das fühl ich wieder sehr, hier wieder... Ja, 20 Sub. Geil, Alter. Oh, 8 hab ich. Ich auch, Max. Ich hatte gestern Jubiläum, 20 Runden Pummelparty hab ich gespielt, ich bin genau 2000 Euro im Minus. Du hast immer verloren, oder was? Ja, klar, was denkst du denn? Ey, nice, Digga. Herzlichen Glückwunsch, Bro. Danke, Mann. Ich bin einfach nur gespannt, wie das Game heute mal unterbrochen wird, Mann. Aber das ist echt eine sehr, sehr krasse Zusammensammlung, die sich hier gerade findet. Ja. Echt so. 2, 3, komm. Okay. Es geht direkt los, Junge. Das ist doch schon wieder dumm. Finde ich nicht, nein. Nico, wie gut bist du in dem Game? Digga, ich würde mich als mittelmäßig einschätzen. Ich würde mich als mittelmäßig einschätzen. Danke. Würdest du dich als mittelmäßig einschätzen? Nee. Perfekt. Och, nö, Digga. Oh, nee, Digga. Bitte bin ich da mit dem Blitz, das ist das Witzigste. Ich hab wieder keine Ahnung, was ich machen muss. Kurz Erklärung, bitte. Einer ist der Blitz. Muss wegfallen. Ach, Digga. Basta kommen. Ich weiß gar nicht. Das löst von alleine aus, ne? Ja. Digga, 500 IQ, oder was? Er macht das schlau. Was macht der da? Was muss ich... Kann man nicht springen? Nein, kann man nicht. Nein! Digga. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaain. Schau mal, Digga. Der fährt uns zusammen. Monte ist... Monte ist dumm. Ah, nicht dumm. Oh mein Gott, nein! Er kriegt alle, er kriegt alle. Komplätze Gegenteil von dem, was ich sagen wollte. Nimm dir mit, Bro. Komm. Die sind vor mir, die lege ich dir hin. Noch ein Geschenk. Noch ein Geschenk. Ja, genau. Oh, genau. So, dann kannst du den gleich noch auf mich anwenden, dann stehe ich gleich vor der Kiste und habe keinen Schlüssel. Perfekt. Das Ding ist halt, wenn man zu früh da ist ohne Schlüssel, das ist ja auch Scheiße, ne? Ja, ja. Wie viel braucht man? 40 brauche ich, ne? 40, genau. So, komm Papa, gib mir die 18. Let's go, 7 hier, Junge. Uh, schönes Ding. Weit nach vorne. Ja, die Frage ist, na komm, ich laufe mal weiter nach vorne. Ist doch gut. Und hol mir das gute Geschenk hier, ne? Welches Minigame, das ist jetzt entscheidend. Da sehe ich mich. Oh, let's go, Boys, Alter, Jungs. Was muss man, was muss man machen? Einfach nur Knarre nehmen und abschneiden. Einfach sterben die ganze Zeit, ne, Wien, Digga. Ah, Waii! Komm schon, komm schon, komm schon. Nice, Micky. Warum ist da auch keine Gun? Ja, das frage ich mich auch. Oh, Monte, den habe ich weggeholt. Ja, alles gut, Micky. Ne, nicht sauer sein, ja? Oh, Micky. Geil, Micky, geiles Ding. Schön rein in die Fresse. Ah, schöner zweiter Platz hier von Revinzeit. Besseres Aim als Try next mal wieder. Ganz klares Ding. Ja, ich muss das probieren. Ich sehe eine 6. Könnte was werden. Oh, ich sehe eine. Leben auf Risiko. Ich sehe eine 6. Oh mein... Digga, das ist wirklich... Also, das ist wieder eine unverschämter, wie dieser junge Mann Glück auch noch hat dabei. Die 5 wäre so geil gewesen. Die 5 wäre es gewesen. Also, Mann, ich war noch nie in meinem Leben so nah an der Kiste dran. Wirklich, ne? Wer bin ich? Der. Pfff. Bin ich schlecht. Nein! 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 Och, Digga, Mann, ich habe wieder nicht die Mechanics von... Alter, hat mich extra gemutet für gar nichts. Da, Digga, das war wieder... Das war wieder so dumm, Alter. War wieder so dumm, Junge. Das ist asozial, das ist asozial. Digga, da spielt doch nicht Monte, das kann mir doch keiner erzählen. Ich muss an der Stelle einmal ganz kurz sagen, das hat sich sehr befriedigend angefühlt. Tut mir leid. Also, mich kotzt ja einfach, wie ich diese Wintermap einfach nur an, ne? Warum? Ich hasse Weihnachten, wenn kein Weihnachten ist. Ja, ist schon geil, Mann. Nee, das kommt doch nicht geil. Ja, das kann man im Dezember machen. Weihnachten? Ich hätte Bock auf Flammlachs am Brötchen. Ja, stimmt. Oder Weihnachtsgans wäre auch was. Och. Die schöne Gans. Der Kaptus wäre jetzt... Och. Och. Wer ist das Tier? Hey, Junge! Gestopfte Dachs. Nein! Nein! Boah, richtiger Paarungstanz. Voll schön. Ist wirklich so. Ach, komm! Schön, Alter. Jawohl! Wie? Digga, das ist so unlo... Ach, komm. Ist jetzt einfach kein dritten Platz. Erster 2. Da war ein perfektes Spiel. Oh, ich klasse. Yay! Ist er schon eingenommen hier? Achso. Und das ist los. Ohne mit, man kann sie einfach nicht unterscheiden, die Felder. Ja, Digga, komm. Wie du bemerkt hast, habe ich bisher noch keine einzige Runde irgendwie gewonnen. Ja, aber Regina, du räumst das Feld von hinten auf. Kannst du uns maybe auch so motivieren zu reden wie Regina? Oder ist das was Exklusives? Das ist exklusiv für sie, Digga. Das dachte ich mir. Jetzt werde ich rot. Das mag ich nicht, das Spiel, Digga. Das geht auch mega an die Substanz. Ich finde, ich eigentlich... Ja, aber die Lenkung ist halt auch ein bisschen... Ja, lass aufhören. Ey, Monte, versteck dich oben rechts in der Ecke. Obacht. Hat doch kein... Guter Call. Ey! Weltschall... Ey! Ihr Schweine, ihr dreckigen... Monte, das war so ein... Das war... Das war... Digga. Da hast du es nicht anders versiehen. Da hast du es nicht anders versiehen. Nee. Da hast du es nicht anders versiehen. Wenn du da hinter diesen... Oh, Regina gewinnt. Alter, was? Mit Vollleif? Was? Bitte jetzt keine 2. Danke. Oh mein Gott! Was? So gut. Holy shit. Jetzt ist halt einfach... Ach, Bruder, muss los, Digga. Die Frage ist, hätte ich einen Augenblick gewartet... Das frage ich mich. Hätte ich einen Augenblick gewartet, hätte ich auch eine 2 bekommen? Ist das so vorprogrammiert? Oder habe ich einfach einen schlechten Finger? War Schicksal. 2 war da. Hat Monte einen schlechten Finger, Regina? Ich enthalte mich gerade einer Aussage. Natürlich. Wir haben gerade Sympathie-Punkt das erste Mal in meinem Chat. Hier unten der Grüne. Wer ist das hier auf dem Feld? Äh, Inscope. Ehe, 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 Ehe. Marcel, das lohnt sich nicht bei mir. Da gibt es nichts zu holen. Ne, ne, hast du schon recht, ja. Das Game ist geil. Das ist mein Game. Bitte die Ideallinie heute. Guck mal, ich springe drüber. Was ist denn da noch mehr von mir? Ich verstehe es nicht. Nein, was? Oh mein Gott. Boah, halt. Digga, das ist lächerlich. Ich mache hier nichts am Punkten auch gerade. Gar nichts. Oh ja, die zwei Panzer. Nice. Ja, Digga, komm, komm. Fahr in meinen Arsch rein, Alter. Zweiter. Aussetzen. Ah, doch nicht. Minigame. Und drüber achten. Ach, Juhl. Was? Direkt vor die Kiste. Was? Wollten die ja Walzen nicht machen. Das ist, das ist, also tut mir leid, das ist nicht. Digga, das ist, nee. Äh, äh. Nein, Bro. Nein. Nein, jetzt mal ehrlich. Das kann nicht sein. Digga, wie kann das denn sein? Bro, was für, also Montel, Digga, was war das gerade wieder für ein... Das war echt ein bisschen, ne? Ich sage euch drei Geschenke und habe immer aufzitzt. Es ist sketchy, oder? Es ist sketchy. Ey, Micky, wir waren immer so gute Homies, Bro. Bei allen dreien. Voll lit. Das Auvergine-Movement. Lit, sagt der, Digga. Over. Ja, ich finde auch, also sechs Leute sind einfach zu viel. Alle walzen auf Montel ab jetzt. Ich bin ja bricked auch mit dem Geschenk gerade in der Stelle. Ja, ja, wer hat das Game erstellt? Ja, äh, Nico, weißt du was? Doch, Digga. Digga, direkt Glück gehabt mit der Bombe hier direkt. Ich spawne direkt in einer Bombe. Ich konnte mich nicht bewegen, in keine Richtung. Glaube ich dir. Das ist gerade wirklich passiert. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Hallo. Digga, was soll ich denn da machen, Alter? Was für ein Müllspiel. Jetzt gleich wieder. Ich kriege wieder die eine Bombe. Ah ja, doch nicht. Ja, Bro, schon wieder, oder was? Ey, was soll ich denn da machen, Mann? Was ist denn ein Müllspiel? Digga, Bombermännig. Max, ich stehe da und kann mich nicht, ich kann mich da nicht wegnehmen. Ach, leckere Marke. Hä? Das ist so ein Müll. Chat, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ähm, ja. Ich spawne die mit Leertaste, oder? Digga. Oh, sch- Ich spawne direkt in einer Bombe. Ich lege ja die Bomben selber. Digga, man legt die Bomben selber. Das ist das geil. Das sagt mir aber auch keiner. Das steht in der Beschreibung, du Idiot, Digga. Ich drücke mal Leertaste. Hä, man zieht sich die Bomben selber. Ich dachte, die spawnen einfach. Ja, ich dachte, die spawnen einfach irgendwie. Es geht darum, am längsten zu überlegen. Guck mal hier. Nein. Ich kenne das mal jetzt hier an. Guck mal. Ja, ich habe noch nie so auf Pummelparty gespielt. So wird ein Schuh draus. Geil gespielt. Erster und direkt im Pokal. Geil. Ja, komm. Oh, Digga, das Game hasse ich ja auch, ne? Ja, so Pussis, wie er eigentlich weiterlauft. Ach. Oh, mein Gott, ist das krank. Es sind zu viele. Nein! Nein! Ja, Bro, jetzt bin ich raus. Hm. Angst. Nein! Nein! Es gibt's direkt um den. Was ist das für... Achso, kann man springen? Ja. Ja, klar. Musst du sogar. Der Spot ist hier richtig sch... Nee, Spaß. Digga, ja, komm, komm, direkt lasere ich meinen Arsch, Digga. Und der bekommt auch noch eine Rakete. Ey, Regina, ich habe letzte Runde eine Aubergine bekommen. Wünschst du mir eine Aubergine im Arsch? Wenn ihr auf dem sexuellen Level schon seid, lebt euch halt aus. So, also. Oh, du musst einen Umweg fahren. Digga, wer geht los? Max hat da deine Fresse. Diese dummen und absolut nervigen Kommentare die ganze Zeit. Kriegst du noch? Digga, du musst wirklich... Ich weiß, dass der da... Oh, wie hätte der das verengt? Vernünftig. Die Radfälte! Let's go, Alter! Alter, wie geil! 15 Schüsse und keine Rakete! Monte, Monte, hallo, bist du noch da? Glaub, das wird in getrennten Schlafzimmern heute geschlafen und ausgetragen. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin leider extrem schnell bei Gruppenzwang dabei. Regina, ich wollte dir nur noch an der Stelle sagen, das war auch wirklich, und das verspreche ich hiermit, der aller, allerletzte Host meinerseits. Und jetzt gehen wir nämlich aufs Finanzziel und das wird asozial. Das ist okay, das ist okay. Dickpicks gibt's auch nicht mehr. Ja, Regina, jetzt hast du alles verloren. Ich glaube, das mit den Dickpicks... Sehr schöne Walze übrigens. Das war's komplett. Was hast du gesagt, Regina? Nee, ich will nochmal hören. Das mit den Dickpicks, das verletzt mich noch mehr als die Host. Ja. Das ist jedes Mal das, worauf ich mich gefreut habe. Abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, hab ich genau gewusst, hab ich mir auf WhatsApp. Ich wusste, da war ich überhaupt nicht. Aber gut, dann ist das jetzt so. Da muss ich jetzt einsammeln ins Bett, ist in Ordnung. Leute, im Chat fragen ernsthaft, ob Regina bei uns zusammen sind. Hä? Digga, natürlich, what the f... Haben schon geheiratet. Natürlich, seid ihr dumm, guckt ihr kein Promiflash? Wir haben geheiratet, wir hatten schon unsere ersten beiden Ehekrisen. Habt ihr nicht Kinder sogar gehabt, kurzzeitig? Marcel hat die doch an die Grenze gebracht. Nein, 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 das waren die aus dem Waisenhaus, die Marcel aus dem brennenden Haus gerettet hat. Genau, so ist es. Marcel ist so ein Held, wirklich, ne? Man denkt das gar nicht, aber der hat eine soziale Ader, der Mann. Ey, aber man lasst uns mal den Schochen in den Länge ziehen. Monte? Monte ist tot. Weil Rewi wieder so eine Sch*** labert, der Bastard. Hey, du haste diese soziale Ader, ich seh's einfach, ne? Und an der Stelle will ich nochmal ganz kurz anmerken, Ehrenbruder und kurz, kurz, kurz an denjenigen, der ein Screenshot von unseren Streams gemacht hat und uns markiert hat, außer Levi. Ich nehme an, der wird das vergessen haben wahrscheinlich, oder? Du bist auf dem Screenshot nicht drauf und du bist auch nicht bei den Markierungen dabei, Digga. Dann schaue ich mir den ganz kurz zu. Bro, der Typ hat zwei Follower, der existiert für mich nicht, Alter. Der existiert nicht mehr für seine Eltern. Alles, was dich nachts besser schlafen lässt, Levi. Absolut, genau das ist es. 18-Jährige im Internet-Slam. Einmal davon klip machen und einen Red Bull schicken, bitte. Ist kein Problem. Die stehen da komplett hinter, Digga. Die stehen da komplett hinter. Ich glaub, die würden sogar retweeten. Was hast du eigentlich mit dem Red Bull Twitter-Account gemacht, Alter? Der hat mich so zugespampt. Das trifft nichts. Ich treff nichts. Ich hab noch keinen Punkt. Immer noch keinen Punkt. Digga, also... Wie kann ich denn null Punkte haben? Ich kasteh's nicht. Du musst den Ball dann treffen, wenn er in dem weißen Kreis ist. Ja, jetzt hab ich getroffen. Ach, jetzt bin ich raus gewesen, Digga. Ganz knapp mit... Digga, das war wirklich... Also, das... Bam! And she's back. Einer von der Erste. Revi ist am dichtesten am Geschenk. Aber Revi wird vom Hase sterben. Revi oder Trimax. Einer von den beiden. Ich? Geil. Oh, jetzt bin ich gespannt, Digga. Oh, der Hase. Der Hase. Kann der beide angreifen? Oder kann der beide gehen auch? Ja! 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 Wo bist du mit Revi? Sag was! Ey, warum? Alter, Revi, du bist so schlecht. Halt auf dein Maul, du behinderter Random. Was soll ich denn da machen, Alter? Was soll ich da verhindern? Das ist Random, Max. Also, diese Wintermap spielen wir nicht nochmal. Damn! Dann bringt er gar nicht. Noch paar Punkte, Gold. Ja, ja. War gut. War fünfter. Also, ich werde niemals in irgendeiner Runde Pummelparty werde ich eine Kiste holen. Niemals. Doch, doch. Nee, ich habe auch nie dran geglaubt. Jetzt guck mich an. Ich habe auch eine. Ja, Digga, jetzt wäre das Start from the bottom, Max. Ich war auch mal da, wo du jetzt bist. Das ist ganz normal. Ich sage es, wie es ist, die Pummelpartys, die ich sonst gefeiert habe, waren anders. Also, ich bin ja wirklich der schlechteste Pummelpartyspieler, den es gibt. Das trifft. Das trifft noch, oder? Ja. Och, nö. Oh, da muss man die Hirn haben. Da ist Max raus. Ja, ist mein Game. Ich habe es gewonnen. Ich sage es, wie es ist. Oh ja, da sehe ich mich. Platz 1, Wahnsinn. Teleporter hängt noch. Warum kriegt Michi als Dritter ein Geschenk und ich erfuhr ihn nicht? Hallo, Spiel. Ein Teleporter jetzt benutzen wir ja Schwachsinn, ne? Nein. Kommt drauf an. Ist jemand in der Nähe von der Kiste? Nee, gar nicht. Also, nicht mehr gar nicht. Keiner ist wirklich in der Nähe. Keiner ist wirklich in der Nähe. Dann mache ich doch einfach nur so. Mhm. Weil ich ein dummer Faxer bin. Weil ich einfach, weil ich ein dummer Faxer bin, ne? Dann würfel ich jetzt noch eine 20. Ja, fast. Und, ähm, ich gebe die Schlüssel alle wieder ab. Perfekt. So, und dann schießt Nico mir gleich ins Gesicht und ich bin tot. Arschgeil. Ja, nix, macht der. Ist okay. Es ist Mord. Du musst damit leben. Du musst damit leben, Nico. Ich sag's, wie es ist. Ich kann damit leben. Ist kein Problem. Nee, bist du gleich vor der Kiste stehst und ich dich dann, ne? Okay. Mit Buchstaben bin ich gut. Ach, ja. Ja, Montel boxt mich einfach nur. Es ist so dumm. Das nervt so. Ohne Boxen. Das ist auch so lange Stunt einfach. ABC.de, wie ist das hier angeordnet? Ihr müsst aufpassen, dass, äh, Montel fliegt vorn. Mann! Ihr seid einfach wie heute. Ihr seid schlecht, Anne. Ey, das ist so dumm. Die ganze Zeit kriegst du nicht geschissen, Alter. Konzentriert euch mal auf euch. Lädt mal die Bälle. Ja! Er wird jetzt safe die Kiste bekommen, wenn er das geschenkt benutzt. Das wäre so krank. Bitte saug ihn ein. Bitte! Ich habe, ich habe eine Auszeit bekommen. Er wird die Kiste bekommen. Ich schwör's. Wie der im Geiern ist schon mit seinem Fadenkreuz. Bitte, Schatz! Er bekommt safe, ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Das wäre zu random. Das wäre zu... Oh mein Gott! Digga, das ist einfach nur... Das ist einfach. Werden die Hasen gezählt. Das ist... Ey, das ist... Das ist ehrlich, Alter. Junge, ja, komm. Komm. Ja, Monte hat's erstellt. Weißt du, derjenige... Aus zwei Geschenken kriegt er zweimal das Portal. Wir haben alle nur ein total. Alter, tut das weh. Ich habe null. Aber ganz kurz, wie fandet ihr das denn mit sexuell? Digga, Monte, herzlichen Glückwunsch. Ich fand's... Ich fand's war okay. Ich fand's auch okay. Ich hoffe, du kannst mit deinem Gewissen vereinbaren, Digga. War gut, Digga, Monte. Digga. War gut, wirklich. Nicht. War gut, wirklich. 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 War gut, war gut. War gut, war gut.